Wie genau spricht man eigentlich diesen Artikel aus? Das erkläre ich euch gleich nach dem Intro. Ja, dieses Mal hat mich die Frage erreicht, wie spricht man der genauso wie den? Also zuerst mal eine kleine Korrektur, man nennt es Aussprechen, also wie spricht man der aus, genauso wie den? Und meine spontane Reaktion war, wie genauso wie den? Nein, natürlich nicht genauso wie den. Und ich habe mich da natürlich ein bisschen tiefergehend damit auseinandergesetzt und habe selbst etwas dazugelernt. Vielleicht wisst ihr ja, dass ich ursprünglich im Dialekt aufgewachsen bin. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das selbst die ganze Zeit wahrscheinlich nicht so ganz korrekt ausgesprochen habe. Ich lerne immer wieder sehr viel von meinen Schülern auch. Okay, und bevor wir loslegen, ein paar wichtige Anmerkungen. Erstens, vergesst nicht, tragt euch unbedingt in meinen kostenlosen Gedächtniscrashkurs für deutsche Grammatik ein. Er ist wirklich dauerhaft kostenlos jetzt mittlerweile und er kriegt wirklich tolles Feedback, tolle Rückmeldungen, nutzt das Angebot und tragt euch unbedingt ein. Den Link seht ihr hier und natürlich auch in der Infobox. Und bleibt unbedingt auch dran bis zum Schluss, da gibt es noch weitere wichtige Informationen, wirklich gute, wichtige Informationen für euch. Und jetzt geht's los. Wir gehen auf mein virtuelles Whiteboard. Wir haben hier den Artikel, um den es geht. Den Artikel der. Ich kann ja gleich verraten, wie es ausgesprochen wird. Der. Und wir schauen uns aber mal etwas genauer an, was hier passiert. Das Wichtigste ist, wir haben hier nicht wirklich, also das R wird nicht als Konsonant ausgesprochen. Es wird nicht R oder R ausgesprochen. Es wird nicht gerollt. Man nennt das ein vokalisches R. Und das hier ist das phonetische Zeichen dazu. Man nennt es auch Schwa-Laut, diesen Laut. Schwa-Laut. Tja, ich könnte euch jetzt ein bisschen erklären, was da im Mund passiert. Das ist aber so kompliziert. Ich könnte das selbst nicht nachmachen, wenn mir das jemand erklären würde. So, also wir hören uns das am besten mal an. Und dabei erkläre ich euch so ein bisschen was. Wir schauen uns dieses Zeichen, den Schwa-Laut, mal in dem Wort Wasser an. Da ist auch unser Schwa enthalten. Es ist aber auch ein ganz normales A enthalten. Ich sage ganz normales A, weil der Schwa-Laut mit dem A auch was zu tun hat. Er klingt aber nicht genau so. Er ist etwas abgeschwächter. Hört mal zu. Wasser. 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 Am Anfang habe ich ein schönes offenes A. Wasser. Wasser. Wichtig ist beim offenen A ist die Zunge entspannt. Die Zungenspitze A hebt sich bei mir leicht. A. Und sie berührt nicht die Zähne vorne. A. So. Und das ergibt auch Sinn bei dem Wort Wasser, weil ich natürlich nach dem Anfangslaut W gleich mit der Zunge hoch muss zum Gaumen, um das S zu bilden, um das S zu formen. Wasser. Also die Zunge ist unterwegs nach oben am Ende. Entspannt sie sich. Wasser. Und legt sich unten ab an die untere Kante, an den Ansatz der Schneidezähne. So würde ich das beschreiben. Und der Mund schließt sich leicht. Wasser. Wasser. Das ist der Laut, den wir brauchen. Wasser. Wasser. Okay. Wir haben ihn auch in dem Wort Feder. Feder. Also am Ende E R. Und wenn am Ende dieses R steht, am Silbenende, nicht am Silbenanfang, das ist wichtig. Und wahrscheinlich hat es auch was mit dem Ende eines Wortes zu tun, aber dazu am Ende des Videos nochmal mehr. Dann spricht man das als dieses vokalische R aus, als Schwa-Laut. So, und wir schauen uns jetzt dieses Zeichen nochmal an. Eben hatten wir das Beispiel Wasser genommen. Und uns fällt auf, dass hier kein weiteres Zeichen drunter ist. Bei Artikel der aber schon. Wir haben hier so einen Bogen drunter. Und das können wir so interpretieren, dass das vom vorherigen Vokal sich da hinein lautet. Eine Verbindung, ein Übergang stattfindet. Also isoliert kann ich das auch nur sehr schwer aussprechen. Aber wir sprechen es dann aus der. Der. Es gleitet vom E zum Schwa-Laut. Der. Bei Wasser hatten wir das ja nicht. Da haben wir direkt nach dem S den Schwa-Laut Wasser. Und deswegen haben wir hier nicht diesen Bogen. Und ähnlich ist es auch bei dem Wort Bier. Das ist ohnehin ein wichtiges Wort, das ihr lernen müsst. Auch hier haben wir diesen Bogen. Hier wird es vom I aus. Hier gleitet es vom I aus rein in den Schwa-Laut. Bier. Bier. Und beim Artikel der. Vom E aus. Der. So. So, ich musste gerade mal was trinken zwischendurch. Es hat aber nur wenig geholfen. Jetzt schauen wir uns auch mal den E-Laut hier an. Jetzt kommt nämlich das Spannende, bei dem ich gestaunt habe. Dieses E ist dasselbe lautschriftliche Symbol wie hier bei Feder. Also ein richtig breites E. Feder. Der Mund wird breit. Feder. Feder. Und dann zum Schwa entspannt er sich wieder. Feder. Ja, auch hier haben wir diesen Schwa-Laut. Und jetzt schauen wir uns mal ein paar E-Laute im Vergleich an. Ich habe hier ein Wort mal rausgesucht, das verwendet drei unterschiedliche E-Laute in einem Wort. Das Wort Legende. Legende. Es beginnt auch hier mit einem offenen E-LE. Und dann entspannt es sich immer weiter. Legende. Am Ende haben wir nur noch einen sogenannten Murmelvokal. Also ein fast verschlucktes, eine unbetonte Endsilbe. Legende. 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 Ihr könnt ja mal probieren, es nachzusprechen. Legende. Für mich erhellend ist eben dieses offene E. Später für den Artikel dann. Das ist dasselbe E wie in dem Wort T. Ich habe schon mal ein Phonetik-Video gemacht über das E. Und habe gesagt, viele sprechen das T wie T aus. Und das ist nicht korrekt. Es muss ein richtig breites, langes E sein. Und durch dieses Zeichen bedeutet auch, dass das E gedehnt wird. Es ist ein langes E. T wird es ausgesprochen. Aber der Laut klingt genauso wie in Legende. Nur ist es hier oben kürzer bei Legende. Und jetzt kommen wir zum Artikel DEN übrigens. Wir erinnern uns an die Ausgangsfrage. Wie spricht man DER aus genauso wie DEN? Hier haben wir schon mal einen Anhaltspunkt. DEN verwendet auch genau dasselbe lange E wie T. Und jetzt schalten wir nochmal um. Im Artikel DER haben wir exakt den gleichen Laut. Und ich persönlich, aus meinem Dialekt kommend, habe das immer eher so in diese Richtung ausgesprochen. Nicht ganz so offen. Ich habe immer gesagt DER. DER. Offensichtlich wird es eher DER ausgesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied hört. Ich probiere es mal langsam nochmal. DER wird korrekt ausgesprochen. Hoffe ich. DER. Und ich habe es früher eher DER ausgesprochen. DER. Es wird aber DER gesprochen. DER korrekt. DER nicht korrekt. DER, DER. DER, DER. DER, DER. Okay, ich hoffe, jetzt habt ihr es verstanden. Für mich total interessant, weil ich eben im Dialekt aufgewachsen bin und das Hochdeutsche und vor allem die Hochdeutsche Aussprache, die beherrsche ich immer noch nicht, wirklich. Aber sehr wenige tun das. Aber es reicht wohl so, dass ich mich in Deutschland verständigen kann. Okay. Wir fassen also zusammen. Ja, es wird tatsächlich so ähnlich wie DEN ausgesprochen, wenn wir uns auf den E-Laut konzentrieren. Das R wird vokalisch ausgesprochen. Es ist hier kein Konsonant. Es wird nicht gerollt. Bitte achtet darauf. Das ist so der Hauptfehler, wenn ich mich mal so rein versetze in die Zeit, als ich Deutsch als Fremdsprache unterrichtet habe oder wenn ich mit den Menschen zu tun habe, die Deutsch lernen. An die Anfangspassage meines Videos ganz typisch, ganz oft höre ich entweder DER, DER oder DER häufig DER oder wenn sie dann verstanden haben, die Leute, dass es eben kein Konsonant ist am Ende, dann sprechen sie es oft so DER, DER aus, viel zu offen. DER, DER oder sie binden es nicht aus dem E heraus. Das ist ein wichtiger Punkt. Es beginnt mit einem DEE, DEE und dann geht es in diesen Schwa-Laut. DER, DER. Damit ist schon sehr viel gewonnen, wenn ihr euch auf diese Bindung versteht, wenn ihr euch bewusst macht. Es beginnt mit einem E, wie in dem Wort TEE. Tee trinken. TEE. DER, DER, DER. Das ist sehr wichtig. Und jetzt höre ich auf. Übrigens würde ich euch noch sagen, wenn euch das tiefergehend interessiert, möchte ich heute mal einen Kollegen empfehlen, Deutsch mit Benjamin. Der Kanal, der hat sich fokussiert auf Aussprachetraining. Der macht es auf sehr, sehr hohem Niveau und ist da auch Experte. Ich bin kein Experte, aber trotzdem müssen wir normalsterblichen Deutschlehrer ja auch im Unterricht spontan mal einigermaßen erklären können, wie man ein Wort ausspricht. Er macht es hochprofessionell. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Genau zu diesem Laut auch habe ich euch ein Video eingestellt. Und dann, noch nicht abschalten, möchte ich euch unbedingt hinweisen auf ein aktuelles Angebot unseres EasyDAV Campus. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass wir vor ungefähr zwei Wochen unseren EasyDAV Campus gestartet haben. Dort sind alle meine bisherigen Produkte versammelt. Ihr findet dort das Deutsch-Elfe-Lernpaket. Das sind Gedächtnistechniken, ausführliche Gedächtnistechniken, Nemotechniken zum leichteren Memorieren von Grammatikregeln, allen voran Artikellernen, der Artikelkurs. Aber noch viele weitere Themen gehören dazu. Dann findet ihr 128 Videos aus unserem Familienleben. Das ist die sogenannte Deine Deutsche Gastfamilie, dieses Projekt. Also Videos aus unserer Familie mit Untertiteln auf Deutsch und Englisch und mit Online-Übungen dabei. Außerdem findet ihr unser eigenes soziales Netzwerk dort. Wir tauschen uns aus. Die Teilnehmer sind jetzt schon sehr aktiv. Ihr könnt unter die Videos kommentieren. Ich bin ständig präsent. Der Dennis, unser technischer Leiter, ist ständig präsent. Und wir sind sofort zur Stelle, wenn es Fragen gibt, wenn jemand Hilfe braucht. Auch wenn jemand eine Grammatikfrage hat, kann er dort posten. Dafür haben wir ein extra Forum. Die kann ich dann aufgreifen und auch mal Videos dazu machen und so weiter. Und jetzt beginnen wir auch mit unserem ersten Live-Konversationstraining. Das startet jetzt am kommenden Freitag. Und bis dahin, ich muss mal noch kurz schauen, welches Datum das eigentlich ist. Naja, jedenfalls, ihr seht es ja dann in der Infobox. Bis zum kommenden Freitag gilt dann ein Rabattcode von 30%. Klickt einfach auf den Link in der Infobox. Er wird dann automatisch eingelöst. 30% Rabatt. Ihr zahlt dann wirklich einen sehr, sehr geringen monatlichen Beitrag und bekommt dann in Zukunft regelmäßig Live-Konversationstraining. Wir werden das in Zukunft auch mit GastdozentInnen durchführen. Also das erste Training mache ich. Und schon beim nächsten Mal kommt dann eine sehr nette, sehr gute Gastdozentin. Und dann schauen wir einfach mal, wo sich alles hin entwickelt. In Zukunft werden wir auch richtige Kurse anbieten und so weiter. So, also nutzt unbedingt dieses Angebot. Ihr kriegt eine Fülle an Produkten zu einem lächerlichen Preis. Das kann ich nicht anders sagen. Okay, das war es für heute. Wenn ihr nichts von dem wollt, lasst mir wenigstens bitte ein Like hier oder ein Abo. Auch darüber freue ich mich. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt mir auch einen Daumen runter. Und vergesst nicht, auf meiner Website mal vorbeizuschauen. Da findet ihr jede Menge interessante Materialien, die euch das Erinnern erleichtern. Das Erinnern an Grammatikregeln. So, das war Peter Heinrich nochmal von EasyDAV.de und lasst mir auch gerne in den Kommentaren weitere Fragen da, über die ich weitere Videos dann machen kann. Okay, bis dann. Das war es für heute. Tschüss.